Ahem, reißt euch zusammen, wir fangen gleich an. Na, was haben wir denn da? Oh, ein Salat. Na, sind alle bereit? Gleich werden wir herausfinden, wer von unseren Teilnehmern dieses Gericht am besten kochen kann. Der Professor beginnt. Was macht er denn da? Er kippt Erde in den Blumentopf. Was ist das denn? Magische Samen? Na, mal sehen, was daraus wächst. Oh, er hat so viele reingepackt, das wird langsam gruselig. Und jetzt gießt er etwas Wasser darüber. Aber er hat wohl zu viele Samen reingesteckt und zu viel Wasser reingefügt. Das mache ich gleich wieder gut. Ich brauche nur ein Küchentuch. Jetzt ist alles in Ordnung. Was ist denn hier los? Wow, das ist ja frischer Salat. Unglaublich. Der Professor ist bereit, den Salat zu ernten. Er schneidet ihn einfach ab und legt ihn auf den Teller. Jetzt braucht er ein Stück Baguette und ein paar Leckerschmecker Bohnen aus der Dose. So in etwa? Äh, was ist das denn für ein Dinosaurier, Professor? Oh, was für eine Arbeit. Was sagt denn wohl die Schwester dazu? Hey, du brauchst das Gemüse doch für den Salat. Na also, das machst du gut so. Jetzt schneidet sie das Gemüse in Scheiben. Legt das Salatblatt hin. Paprika. Oh, das ist ja ein richtig niedliches Bild. Ich glaube, das müsste Rosi gefallen. Aber macht euch bereit, das Gericht des Kochs zu sehen. Die ist eindeutig nicht in der Stimmung für Witze. Sie braucht ein bisschen weiße Soße. Die schmiert sie vorsichtig auf den Teller. Jetzt zwei Scheiben Brot. Sie kommen in den Mixer. Ist das dein Ernst? Ganz schön ungewöhnlich. Und was macht sie weiter? Die entstandenen Krümel kommen auf den Teller. Und jetzt schneidet sie das Gemüse in dünne Scheiben. Das sieht ja ganz schön elegant aus. Oh, dieses Radieschen sieht ja schon ganz schön appetitlich aus. Unglaublich. Schaut euch diese Schönheit an. Tja, die Chefköchin ist nun mal ein echter Profi. Sieht so aus, als wäre das Gericht fertig. Was haben wir denn da? Oh, was für ein ungewöhnlicher Salat. Probieren wir mal. Mh, voll der leckere Schokosaurier. Und was ist das? Ich hasse Bohnen. Ekelhaft. What? Und jetzt probieren wir diesen Salat. Was für lustige Augen. Mh, und außerdem schmecken die richtig lecker. Mh, jetzt mache ich mich an den dritten Salat. Ich hoffe, der wird mir gefallen. Schmeckt ja gar nicht. Mh, voll ätzend. Das hat mir auch nicht gefallen. Dieser Salat hat gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Ich bin die beste Köchin aller Zeiten. Professor, es ist gerade nicht die Zeit für neue Experimente. In dieser Runde sollt ihr ein Milkshake machen. Magst du Milkshakes? Was ist dein Lieblingsgeschmack? Schreib uns das in die Kommentare. Und vielleicht machen wir beim nächsten Mal deinen Lieblingsmilkshake. Der Professor kann's kaum erwarten, mit dem Kochen anzufangen. Das sieht aber gerade nach Chemieunterricht aus. Unser Professor ist ganz schön gut darin, ungewöhnliche Flüssigkeiten zu vermischen. Jetzt fügt er seine geheime Zutat hinzu. Oh, schaut euch diese Bläschen an. Sieht aus, als wäre das Getränk fertig. Rosi hat sich zwar ein Milkshake gewünscht, aber das sieht zumindest originell aus. Sieht so aus, als hätte die Schwester Lust auf eine Dose Limonade. Aber die scheint gar nicht so einfach zu öffnen zu sein. Ah, ich muss einfach mal gut schütteln. Keine schlechte Idee, oder? Nein, das war es nicht. Jetzt bist du klatschnass. Das ist ja ganz schön peinlich. Ist zwar schade, aber noch so ein bisschen Limo hat sie ja übrig. Wenn's auch nur ein ganz kleines bisschen ist. Oh, schaut euch diese Kugeln an. Jetzt wird's Zeit für Schlagsahne. Sieht ganz schön appetitig aus. Mh, Goldbeeren. Genau das, was wir brauchen. Sieht gut aus. Und was wird wohl die Chefköchin machen? Na, dann zeig uns doch mal, wie das Profis machen. Aha, für dieses Rezept brauchen wir wohl einen Kühlschrank. Und jetzt ein bisschen abwarten. Die Schwester hingegen ist schon fast fertig. Hier kommen nur noch ein paar Lutscher rein. Es ist genug Zeit vergangen. Und wir holen die Eiskugel raus. Soweit nichts Besonderes. Eine ganz einfache Eiskugel. Und was passiert jetzt? Sie macht ein Loch und lässt alle Flüssigkeit rausfließen. Jetzt öffnen wir eine Dose Cola. Und füllen sie in eine Spritze. Was wird wohl jetzt passieren? Wow, das sieht ja cool aus. Dieses Rezept mag vielleicht unglaublich kompliziert sein. Aber ich bin mir sicher, es ist es wert. Unglaublich. Dieser Cocktail fällt doch gleich auseinander, oder? Genau das ist passiert. Zu schade, Rosi. Jetzt musst du wohl aus zwei Kandidaten einen wählen. Wow, das ist ja ein lustiger Rauch. Ist das auch trinkbar? Oh ja, schmeckt einfach köstlich. Ich liebe es. Und jetzt probiere ich das hier. Das schmeckt einfach furchtbar. Wir haben einen Gewinner. Na endlich, ein verdienter Sieg. Ja. Ja. Ähm. Wow. Unsere Teilnehmer haben sich in den vergangenen Runden ganz schön gut geschlagen. Aber ob sie bereit sind für das nächste, was sie erwartet? Oh ja, ihr habt es richtig verstanden. Diesmal wünscht sich Rosi einen Lebkuchenmann. So was hat noch niemand jemals gemacht. Aber unsere Teilnehmer haben das Talent und den Mut. Also werden sie was probieren. Die Chefkörchen macht sich gleich an die Sache. Mh, was für ein appetitlicher Honig. Der kommt in einen Topf. Und weiter. Aha, etwas Mehl und Zimt. Das kommt alles zum Honig. Oh, bei dem Anblick läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt kommt etwas Butter rein. Und alles schön umrühren. Es ist schon ganz schön schwer, mit einem Meister wie dieser Chefkörchen zu konkurrieren. Ah, die Schwester will das besser machen. Aber sei vorsichtig, du willst doch keinen blauen Fleck bekommen. Jetzt brauchen wir genug Mehl. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Hey, du solltest dich auf jeden Fall konzentrieren. In der Zwischenzeit fängt die Chefkörchen an, ihren Teig schön durchzumixen. Und schon sieht es einfach perfekt aus. Jetzt wird es zugedeckt und richtig gut ausgerollt. Ein bisschen abwarten. Das war's, der Teig ist fertig. Jetzt wird's Zeit, die richtigen Formen zu benutzen. Oh, was für ein süßer Lebkuchenmann. Aber die macht mehr als nur einen Lebkuchenmann. Sie baut ihm auch noch ein Lebkuchenhaus. Das alles kommt jetzt in den Ofen. Was macht denn der Professor da? Oh je, oh je. Deine Experimente können manchmal ganz schön gefährlich sein, Professor. Aber schließlich machst du's ja für die Wissenschaft. Und für einen guten, leckeren Lebkuchen. Du fängst also mit einem Zirkel an. Und was kommt jetzt? Ein Lineal. Na, das sieht doch schon mal gut aus, Professor. Jetzt müssen wir diese Figuren nur noch ausschneiden. Und dafür benutzt du einen Spatel. So in etwa. Die geometrischen Figuren des Professors kommen jetzt auch in den Ofen. Jetzt müssen beide, der Professor und die Chefkörchen, warten. Oh, was ist das denn? Schwesterherz, was machst du denn da? Bist du dir sicher, dass du so viel Kraft dafür brauchst? Zumindest hast du gute, gleichmäßige Teigstücke bekommen. Und jetzt wird's Zeit für Lebensmittelfarben. Oh, die sehen ja schön aus. Oh, mit dem letzten Stück hast du wohl ein paar Probleme, oder? Da muss doch sicher noch was drin sein. Ups, jetzt hast du's aber eindeutig übertrieben. Professor, ich seh nichts. Ach, der arme Professor. Jetzt ist er tatsächlich in Ohnmacht gefallen. Ups, dem scheint's ja noch gut zu gehen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Rote Lebensmittelfarbe. Oh ja, jetzt wird's Zeit, dass ich meine Teigstücke schön ausrolle. Ich mach Würstchen daraus. Und dann verbinde ich sie alle zu einer großen Schnecke. Allerhand, da kommen noch ein paar süße Streusel obendrauf. Und ab in den Ofen. Oh ja, der Lebkuchen der Chefköchin ist bereits gebacken. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Creme und stellen alle Details zusammen. Oh, schaut euch dieses Lebkuchenhaus an. Das ist ja fast zu schade, es zu essen. Hier kommt noch etwas Dekoration drauf. Hm, wie wär's dann mit ein paar bunten Skittlesbonbons? Und hier kommt der kleine Lebkuchenmann persönlich. Ich glaub, er wird glücklich sein, in so einem schicken Haus zu wohnen. Obendrauf kommt noch etwas Puderzucker. Oh, sieht aus wie Schnee. Wow! Professor, was hast du vor? Esbarer Kleber? Wahnsinn. Ah, der scheint wohl eine Rakete zusammenzubauen. Unglaublich. Na, alle Gerichte sind bereit. Jetzt wird's Zeit, dass wir sie probieren. Oh wow, ein kleiner Lebkuchenmann mit einem Lebkuchenhaus. Wie im Märchen. Schmeckt super. Oh. Da bist du ja mein kleiner Lebkuchenmann. Wow, unglaublich. Das ist ja eine Rakete. Ups. Die ist auseinandergefallen. Hm. Und was haben wir da? Oh, was für ein schöner Lebkuchen. Hm. Hm. Schmeckt nicht schlecht. Aber jetzt lassen wir den Lebkuchenmann entscheiden, wer gewinnt. Das nicht. Die Rakete. Auch nicht. Vielleicht das Lebkuchenhaus? Ja, genau. Das gefällt mir am meisten. Ja, mein Gewinner. Hm. Ach, wer hätte denn daran zweifeln können? Hey, wo ist mich? Oh, roter Pfeffer? Was für ein Mist. Ich will es absolut nicht essen. Ich schwitze schon davon. Und jetzt du. Oh, ich habe eine Süßigkeit. Hier in der Überraschung. Ist so toll. Sehr lecker. Ja, so köstlich. Und für mich? Nee. Ist dein Pfeffer. Oh, ich muss diesen Pfeffer essen. Es ist sogar mit Schokolade ekelhaft. Obwohl, wenn man nicht beißt, ist das nicht schlecht. Oh, nein. Beiß. Oh. Dann esse ich schnell. Huch, huch. Aber ich bin gespannt, was mit mir gleich passiert. Oh, ich bin wie ein heißer Pfeffer. Pessel, ich brenne total. Ich werde dich durch meine spezielle Superbrille anschauen. Oh, ich bin wie ein Drache, der Feuer spuckt. Ich brenne ganz. Ich bin röter als rot. Ich muss etwas trinken. Oh, ja. So ist viel besser. Fertig? Wunderbar. Aber ich bin total schmutzig. Kein Problem. Ich werde mich abwischen. Also. Oh, nein. Mein Kinderei. Es ist total geschmolzen. Was hast du mit meiner Kinderüberraschung gemacht? Aha. Ein Spielzeug. Ich frage mich, was ist da drin? Schau. Und hier ist ein kleines Kinderei. Das gefällt mir sehr. So süß, so klein. Und niedlich. Ich denke, es schmeckt sehr gut. Ich mag diesen kleinen Überraschungsei. Ich werde ihn noch in Schokolade eintauchen. Gibt es mir vielleicht? Nein, nein, nein. Das ist meine Kinderüberraschung. Ja, sie ist sehr lecker. Und du hast keine bekommen. Hey. Machen wir sie gemeinsam auf. Oh, interessant. Wir haben Puppets. Ich werde als Erste probieren. Ich habe ein sehr cooles Puppets. Aber woraus besteht es? Ich verstehe es nicht. Ich finde es komisch. Das muss man ausprobieren. Aber das lässt sich irgendwie nicht durchdrücken. Wieso denn? Ich drücke es doch so stark. Oh, interessant. Ein Loch. So ein leckerer Geruch. Aber es schmeckt sehr gut. Es ist ein ungewöhnliches Puppet. Ein essbares. Vielleicht wahrscheinlich auch. Aber ich kann es überhaupt nicht abbeißen. Vielleicht von dieser Seite. Ah, das ist das normale Puppet. Und es schmeckt überhaupt nichts. Und ich werde mein Puppet in diese Schokolade eintauchen. Es ist einfach wunderbar. Schokoladig-marmeladige Süße. Auch noch so schön. Das ist super. Lecker. Vielleicht ein kleines Stück für mich. Bitte. Natürlich nicht. Was soll ich damit machen? Wenn nur ein bisschen spielen? Oh, übrigens. Ich habe eine Idee. Ich werde Schokolade in diese Form gießen. Und die in den Kühlschrank stellen. Super. Ich stehe und warte ein bisschen. Und dann habe ich ein schickes Schoko-Puppet. Schokolade ist eingefroren. Ja. So lecker. Klasse. Das ist sehr cool. Und ich tauche es noch in flüssige Schokolade. Und was klappt daraus? Es gibt dann eine unglaubliche Köstlichkeit. Ja. Das ist sehr cool. Was ist da? Gibt es vielleicht mehr? Natürlich nein. Ich bin traurig. Ha. Ich klau dein Puppet. Und ich mache noch was damit. Ist so klasse. Ich kann mich draufsetzen und das Spiel genießen. Es ist perfekt und so beruhigend. Hey. Gib mir mein Puppet. Ist. Nein, nein. Ich werde damit spielen. Oh. Er ist gebrochen. Was soll ich damit tun? Was nun? Es ist kaputt. Es tut mir sehr leid. Hey. Ich kann mit diesem Teil spielen. Oh. Cool. Wir können Spaß haben. Ja. Ich spiele dann auch. Es macht so viel Spaß. Ich öffne es. Oh nein. Ich habe Mais. Sogar mit Schokolade ist es nicht gut. Und was hast du? Ich habe Eis. Perfekt. Da du Mais hast, kann ich dir ein Eis geben. Willst du? Willst du das? Ja, natürlich. Ich will es. Ham. Das war Spaß. Natürlich gebe ich dir kein Eis. Aber ich tauche es in diese Schokolade ein. Ich habe dann Eis und Schokolade. Ist unglaublich lecker. Sehr cool. Einfach sehr köstlich. Ich nehme zwei auf einmal und tauche sie in Schokolade ein. Großartig. Was ist besser als ein Eis? Nur zweimal Eis in Schokolade. Sie sind so lecker. Ich liebe es. Und ich will sowas auch. Diese super leckeren Eiscremes habe ich gegessen. Also ist noch eine geblieben. Aber bitte gib es mir. Was ist mit dir passiert? Aha. Jetzt kann ich dein letztes Eis nehmen. Und du kannst so lange gemein sein, wie du willst. Und ich gieße dieses Eis mit Schokolade und esse es mit Vergnügen. Es ist so lecker. Einfach großartig. Einfach köstlich. Unglaublicher Geschmack. Aber was soll ich mit dir machen? Okay. Ich muss dich auftauen. Jetzt ist es an der Zeit, was zu tun. Ich bin schon satt. Was ist mit mir passiert? Huch. Nein. Wo ist mein Eis? Wo ist es hin? Du hast es wahrscheinlich gegessen. Aber ist es dein Mais? Okay. Natürlich werde ich mein Mais essen. Mir sieht es nicht mehr so ekelhaft aus nach diesem schönen Eis. Obwohl nein. Es ist immer noch ekelhaft. Und ich habe eine Idee. Ich werde den Mais hin und her schütteln. Was kommt dann? Das brauche ich nicht. Aber diese Körner sind genau richtig. Ich werde sie aufwärmen und es wird so lecker, wie es niemand davor gesehen hat. Sicher wird es Popcorn sein, aber kein einfaches. Cool. Es fliegt direkt aus der Pfanne in meinen Mund. Was für ein Leckerbissen. Und jetzt wird es ein wunderbares Gericht sein. Nicht nur Popcorn, sondern natürlich mit Schokolade aus einem Brunnen. Ich gieße vorsichtig aus der Pfanne, um die Verpackung nicht zu beschädigen. Und jetzt esse ich dieses schöne Schokoladenpopcorn. Großartig. Sehr lecker. Und was ist los? Gib mir bitte ein bisschen. Hey, ein bisschen. Ich werde es fangen. Ich fange es. Ich fange es natürlich. Bitte. Hey. Fang es. Wenn du es fängst, das gehört dir. Noch mehr. Noch mehr. Dann nehmen. Das ist unfair. Nicht ziehen. Nein. Ah. Ah. Das Popcorn ist jetzt umgekippt. Und ich habe nichts bekommen. nur ein bisschen. Hey. Jetzt öffne ich als Erste. Oh, wow. Coca-Cola. Das ist schick. Was hast du denn? Sehr interessant. Das ist Brokkoli. So eklig. Überhaupt nicht lecker. Coca-Cola, meine Süße. Lass mich bitte auch trinken. Auf keinen Fall. Ich trinke selbst die ganze Flasche. Aber ich habe noch Schokolade. Ich vermische Cola mit Schokolade. Und ich werde Schokoladencola haben. Aber irgendwie kommt es nicht aus dieser Flasche heraus. Aha. Oh nein. Vorbei am Mund. Was ist los? Ich bin jetzt total schmutzig. Obwohl es ja lecker sein muss. Ja, es ist unglaublich lecker. Wenn ich noch vorsichtiger wäre, wäre es besser. Aber es ist immer noch cool. Bitte ein Stück für mich? Nein, nein, nein. Komm schon, iss dein Brokkoli. Sogar der Geruch ist ekelhaft. Vielleicht ist es besser mit Schokolade. Das ist natürlich ekelhaft. Es ist immer noch ekelhaft. Unmöglich zu essen. Nein, unmöglich. Also kein Stück mehr. Nein. Alles klar, danke. Ich bin satt. Das kannst du nicht so lassen. Und soll ich es akzeptieren und all diesen Brokkoli-Kohl mit Schokolade essen? Das ist schrecklich. Ich kann es nicht einmal kauen. Ich möchte mich nicht in Kohl verwandeln. Oh, mir wird schlecht. Ups. Du bist witzig. Oh nein. Ich falle gleich von diesem Geruch in Ohnmacht. Ja, das kommt vor vom Brokkoli. Mädels, ihr seid in einer Challenge gelandet. Okay, ich will als Erste meinen Safe öffnen. Oh, das ist ja cool. Ein Snickers-Milkshake. Aber wie soll ich den trinken? Willst du mich auf Magen nehmen? Ich muss einfach nur den Deckel öffnen. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Darf ich mal probieren? Nein. Sicherlich nicht. Das ist mein Cocktail, also werde ich ihn trinken. Außerdem schmeckt er so gut. Oh ja. Ich werde es sicher nicht teilen. Okay, dann kriegst du das, was du verdienst. Schmeckt dir doch, oder? Was hast du angerichtet? Jetzt bin ich voller Schokolade. Ich habe nichts mehr übrig. Jetzt bin ich dran. Was? Fisch? Oh mein Gott. Wieso kriegst du einen Schokokoktail und ich kriege einen Stinkefisch? Halte den von uns fern und beeile dich. Iss ihn. Oh Mann. Wenn ich kotzen muss, seid ihr dran schuld. Wie ekelhaft. Nein, so einen ganzen Fisch schaffe ich eh nicht. Du musst aber... Oh wow. Ich glaube, mir wird schlecht. Wie eklig. Wieso habt ihr mich dazu gebracht, was zu essen? Wie geht's? Hey, was machst du? Dein Safe musst du auch noch öffnen. Okay. Und das ist alles? Nur ein Skittlesbonbon? Muss ich ja lecker sein, oder? Ein ganz normales Skittlesbonbon. Seltsam. Oh, was ist denn mit dir los? Mädels, ich glaube, ich habe einen Ausschlag. Oh Mann, davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Yeah, jetzt werde ich mein Leben lang Süßigkeiten haben. Kann ich auch mal probieren? Natürlich. Lecker. Willst du auch was? Nein, das ist voll ekelhaft. Unglaublich. Das ist die coolste Krankheit, die ich je hatte. Come on. Nein, ich will sicher nicht. Wie geht's? In dieser Runde möchte ich zuerst mein Safe öffnen. Wow, was für eine Überraschung. Ich habe noch nie so viele Puppets gesehen. Die sind ja voll ungewöhnlich. Ah, die sind aus Fruchtgummi. Hey, Mädels, habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein. Schmeckt das auch gut? Natürlich doch. Unglaublich lecker. Ich will so schnell wie möglich alles aufessen. Ja, das ist mega lecker. Oh, wir wollen auch was davon. Ich glaube, Kate wird nichts dagegen haben, wenn wir auch ein bisschen was probieren. Ja. Die wird sich ja nichts dagegen haben. Natürlich habe ich was dagegen. Weg von meinem Safe. Das gehört nur mir. Okay. Oh Mann, ich wünsche mir, ich habe auch was Gutes. Haha, bloß nicht das. Ich habe Angst vor Würmern. Bloß keine Regenwürmer. Die machen mir so viel Angst. Was? Wieso werde ich auf diese Weise bestraft? Nimm das sofort ab. Ah ja, genau. Ich habe eine tolle Idee. Ich brauche bloß einen kleinen Staubsauger. Der wird dich retten. Okay. Oh nein, ein Wurm ist noch übrig geblieben. Was? Wo denn? Genau, über der Lippe. Ah, den habe ich wirklich verpasst. Jetzt lass doch los. Wunderbar, ich habe es geschafft. Oh Mann. Was für Lippen. Uhlala. Ach, du lachst sie auch noch aus. Dafür kannst du die Würmer hier probieren. Hey, was habt ihr angerichtet? Die sind ja mega eklig. Die geht. Jetzt muss ich mir den Mund spülen. Oh Mann. Na komm schon, schau dir deinen Safe an. Mach ich auch. Oh wow, da ist ja so eine Art Zaubertrank drin. Ich hoffe, der macht mich zur hübschesten auf der Welt. Was für ein komisches Gefühl. Was passiert mit mir? Ich werde kleiner. Ich bin geschrumpft. Hol mich hoch. Du bist so süß. Ich will dich mal anfassen. Oh yeah, ein Puppet. Ich bin das kleinste Mädchen auf der Welt. Ich kann auf dem Puppet rumhüpfen. Oh, die ist so süß. Aua, das hat weh getan. Schau mal, was du mit meinen Fingern getan hast. Oh Mann, na warte. Dafür musst du gegen diesen Regenwurm hier antreten. Oh ja, das wird sicher spannend. Julie, wir glauben an dich. Ob ihr es schafft? Nimm das und das auch noch. Und das hier. Yeah. Julie, das hast du wunderbar gemacht. Das war so cool. Ja Mädels, danke für eure Unterstützung. Was erwartet uns dieses Mal? Oh nein, ich esse definitiv kein rohes Fleisch. Nee, das tut mir leid, aber das geht mir zu weit. Hier hast du einen Teller. Und guten Appetit. Ihr seid so hart. Das ist ja kein Fleisch, das ist ja echtes Gummi. Ich kann nicht mal was abbeißen. Ich hab genug davon. Ich glaube, Messer und Gabel werden dir helfen. Also los. Ups, ich glaube, ich hab's ein bisschen übertrieben. Jetzt kann ich sogar den Teller essen. Okay, Menschen haben schließlich Fleischbraten erfunden. Denn roh kann man das ja gar nicht essen. Mir wird ganz schlecht davon. Komm an. Julie, mach du dein Safe auf. Mal sehen. Oh, was für ein geheimnisvoller Zauberstab. Wunderbar. Ich frag mich, was ich damit zaubern kann. Guck hier es einfach. Ich glaube, ich hab was gelernt. Du hast mich fast verbrannt. Schau mal, was du getan hast. Du solltest dich schämen. Alles nur wegen diesem Zauberstab. Oh, die hat ja mich fast verstümmelt. Komm, den legen wir einfach auf den Tisch, okay? Kate, es wird Zeit, dass du deinen Safe öffnest. Oh, ja. Mal sehen, was da drin ist. Unglaublich. Das ist ja ein Eiscreme. Finger weg. Das gehört mir alleine. Hier ist schließlich nicht genug für uns alle drin. Oh Mann, dieser Löffel ist einfach zu klein. Ich brauch einen größeren Löffel. Jetzt kann es losgehen. Nichts geht über ein Eis an einem heißen Sommertag. Können wir auch was haben? Nein, sicher nicht. Die ist voll gierig. Kate, was ist mit dir passiert? Die ist ja voll steif. Ich weiß, wie ich sie davon retten kann. Der Zauberstab wird mir helfen. Mädels, vielen Dank. Sonst wäre ich für immer erfroren geblieben. Oh nein, jetzt brenne ich. Was für eine gute Gelegenheit, mein Fleisch anzubraten. Das kommt rechtzeitig. Ich bin nämlich ganz schön hungrig geworden. Kate, dein brennender Kopf war super. Lecker. Ich liebe es. Dankeschön, Kate. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Oh ja, jeder liebt Nutella. Ich bin keine Ausnahme. Hey, schau, was du gemacht hast. Kein Problem, das macht es wieder in Ordnung. Ah, das hat wehgetan. Hör auf, mit dem Deckel hier herumzuwerfen. Jetzt kann ich meine Nutella probieren. Juni, du kriegst nichts davon. Ich hab was probiert. Das ist alles so gierig. Aber ich hab auch einen Tropfen bekommen. Wie lecker. Oh nein, Mädels, ich hab ein Problem. Meine Hand steckt im Glas fest. Hilf mir, sie rauszuholen. Okay. Was tut man nicht alles für eine Freundin? Auch wenn sie gierig ist. Na los. Ich nimm das Glas ab. Noch ein bisschen. Na endlich. Da ist ja noch was übrig. Extra für uns. Dankeschön, Mädels. Ohne euch hätte ich das sicher nicht geschafft. An meiner Hand ist immer noch was übrig. Okay, jetzt bist du dran. Das stinkt ja. Bloß nicht das. Das ist ja Schimmelkäse oder so. Mädels, das schaff ich sicher nicht. Ich glaube, Julie und ich werden dir helfen müssen. Dann mach den Mund auf. Oh nein, was ist das denn? Ich fühl mich nicht gut. Ich musste fast kotzen. Julie, und was hast du? Ich kann sehen. Oh Mann, das ist ein Portal. Wir fliegen nach Hause.